Das Aqua Hotel liegt in Miami Beach in Florida. Das Aqua Hotel ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 18 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 18 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 5,8 von 6 Sonnen. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,9 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 3,9 von 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,5 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 3,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.